Hallo und ich bin's schon wieder. Ich brauche Platz und Geld. Ich verkaufe jetzt alles was ich eigentlich selber gebaut habe. Bei Ebay kommt jetzt alles vor Weihnachten raus. Ich brauche Geld. Ich muss noch meinen Sport weitermachen. Ich habe jetzt einen schönen Akrometer und einen Hohentrainer geschenkt bekommen. Der kostet normalerweise noch 180 Euro neu. Der läuft schön leise und das mache ich jetzt wieder Sport ein bisschen mehr. Und ich habe jetzt auch keine Lust mehr zum Basteln. Also die Flamme geht. Also kann man auch so ein Flackerlicht rein machen. Aber das andere war mir zu dunkel. Ich habe da jetzt einen heller rein. Da flackert es zwar nicht, aber das kann man ohne Problem rein machen wer es möchte. Hier ist Heißlufter vor dem Winter. Wenn man Füße drunter stellen möchte, brauchen beide Damen. Die frieren ja immer so schnell. Dann kann man hier die Füße drunter machen. Und hier ein Laptop hin. Wunderbar. Hier das Rohr dazu. Das habe ich auch selber gebaut. Das ist hier ein Humidor. Mit Telefon geht alles. Funktioniert alles. Super. So, modernamerikanisches Marconi-Holz oder was es ist. Das wird auch versteigert separat. Und wir haben hier den Kamin auch steigert. Und bekommt dann noch die Lampe dazu. Wenn ein großer Preis dabei ist. Zu dem Kamin gehört noch. Wer im Sommer draußen baden will. Im Winter kann man hier reinstellen. Und im Sommer kann man hier das Ding drauf stellen. Mit Grill alles passt genau auf den Kamin drauf. Alles schon so. Mit Grill, Besteckgrill, Elektrogrill. Kann man dann im Sommer hier einen großen Balkon herstellen. Und kann dann grillen. Dann kann man leicht abnehmen. Wunderbar leicht alles. Alles aus Pappeln, Sperrholz, Pappkartons. Hält stabil. Aber leicht. Alles schon wieder ausprobiert. So. Hier habe ich ein bisschen Rohr. Das kann man einfach, wenn man das Kamin draufsetzen will, hier abmachen. Ne. Und dann kann man es wieder reinstecken. So. So. Das war es schon wieder. Ich habe noch andere Videos. Die kommen jetzt auch gleich. Tschüss erstmal.